Ich lerne Deutsch. Nummer 14.040 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Haben Kinder die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen? Haben Kinder die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen? Wir haben es geschafft. Der Umzug ist unter Dach und Fach. Bei welchem Spiel zitterst du immer vor Aufregung? Bei welchem Spiel zitterst du immer vor Aufregung? Die Forderungen der Arbeiter sind legitim. Betont, dass die Forderungen der Arbeiter gerechtfertigt und berechtigt sind. Deine Präsentation war schlecht. Du warst schlecht vorbereitet. Du musst dir mehr Mühe geben. Deine Präsentation war schlecht. Du warst schlecht vorbereitet. Du musst dir mehr Mühe geben. Wenn ich eine Tasse benutzt habe, dann säubere ich sie sofort. Wenn ich eine Tasse benutzt habe, dann säubere ich sie sofort. Wir feiern etwas ganz Besonderes. Heute ist unser erster Hochzeitstag. Wir feiern etwas ganz Besonderes. Heute ist unser erster Hochzeitstag. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wenn ich eine Tasse benutzt habe, dann säubere ich sie. Untertitelung des ZDF, 2020